So, ich mache jetzt hier mal ein Häkchen, dass es das losgehen kann. Ähm, ja, vorher mal die Frage, was wollen wir denn spielen? Erste oder zweite Kampagne? Äh, mach mal, mir ist Latte, aber ich kann keinen Fall setzen, warum kann ich keinen Fall machen? Storte, Abstimmung, Abbrechung oder... Sim, starten, abstimmen. Ja. Okay, alles klar. Oh, das ist ja ein Traum. Hätte ich gewusst, dass das so einfach ist. Das ist schon viel früher, schon viel früher reagiert, ey. Ja, Leute, jetzt haben wir einfach gestartet. Ja, merci, Hospital. Kein Merci, kein Danke. Gar nicht mehr wie dieses Spiel, ja. Keine Munchevi. Wer ist denn jetzt das Mädchen überhaupt? Ja, ich. Okay, oh, wir haben das erste Mal ein Mädchen, dass es so ein Mädchen ist. Ja, aber ich hab meinen, ich hab meinen Stream auch schon schön Loot herum genannt, also daher... Das entschuldigt das aber nicht. Ja, du kannst dich doch mit den Leistungen der anderen brüsten. Ich kann mich brüsten, genau. Du kannst, du kannst ja sagen, du bist in gewisser Hinsicht eine Art Richterstatter von der aktuellen Situation. Ja, ich hab's ja lauter. Gehen Sie zum Mercy Hospital und aus dem Weg her. Ich höre gerade gar nichts mehr. Pumpgun, nehm ich. Ja, aber... Durch die Tunnel kommen wir zum Krankenhaus. Wie nimmt man denn so? Nicht weit von hier ist ein Bahnhof der Roten Limburg. Oder mittlere Maustaste, in meinem Fall. So, Pappkan, Pappkan, Pappkan ist. Ja, nehm mal die wenig Kitzel mit. Dachte, so ein Neger könnte still laufen, oder nicht? Hier nimmt die Pistole mit, die braucht keine Munition. Was? Da lag doch auch noch eine. Das ist ein richtiger Hightech, die Pistole. Die nimmt die Munition aus der Luft, die generiert die aus Luft und Wasser. Die regeneriert das quasi aus dem Portickel im Luftbereich. Wer schießt denn da auch nicht? Hallo, Freunde. Wolle ich schwach, ich muss jetzt den Jappi flossen. Ach herr, hier konnte man ja blocken. Halt, ich muss gleich das Game leiser machen. Was willst du leiser machen? Ich muss gleich das Game erstmal leiser machen. Ach quatsch. Ich bin mit dem Grinstadt nur dabei. Ja, wenn es nötig ist, wenn ich euch nicht. Auf. Ha ha ha. Hey, du hast doch schon überpisch dich. Komm, mache Eier, Alter. Kommt eigentlich her. Oh, Eier, Alter. Eier sind aus, Alter. Junge, wer schießt denn hier auf mich, wenn ich noch voll hunk? Au. Ha ha ha. Okay. Witch. Nicht reinlaufen. Oh Gott. Oh oh. Bisschen lange nicht mehr gespielt. Wir müssen mal ruhiger werden, Leute. Wir befinden uns hier aktiv in einer Zombie-Alpha-Kalypse, weil ihr das vergessen habt. Oh, da gibt's ein Baby. Oh, da gibt's ein Baby. Äh, worauf ich hinaus will, ist, ähm, dass hier Zombies gibt. Ja, und da ist... Ah, der Kaffer. Das darf, wo du hinziehst. Du kannst ja auch den Medizinmann machen. Die Medizin-Frau machen. Medizinmann, okay, ich stehe hinten und verwunde einfach alle, genau. Falls dir die ganze Situation, oh, schon ein bisschen aufregend ist. Ja, ich stehe hinten und verwunde einfach alle. Ja, du verwundest einfach alle, genau. Ja, oh. Oh, scheiße. Ich bin nicht schießen. Sorry, da war einer hinter dir. Sorry. Ähm, sorry, wenn du jetzt nicht mehr laufen kannst. Äh, ich war. Oh, hier, unsere Jungs brauchen Hilfe. Wir müssen mal Eier machen. Ja, ich bin irgendwie, hab nicht verlaufen hier. Ah, hier geht's weiter. Wurde angekotzt. Ich muss dich ohne Schuhe da frei ankotzen lassen. Kost mir jetzt schon an hier. Geh weg. Schön, langsam. Flo, brauche mal Heilung. Flo, heil dich mal, bitte. Geh weg, Mann. Was auf, stopp. Ih, da ist so blöde Ekel. Wir müssen mal belangsam machen. Puh, danke. Da ist noch ein bisschen geschnitten. Jetzt hier kein Ponyhof, ne? Also, Schreichleinheiten fallen hier ein bisschen hopper aus. Das war erst gleich. Na, also, ihr könnt schon mal das Dato mal so Geschirr rausholen. Boah, ich hab's gerade mega lecker. Jetzt redet er von Sato mal so Geschirr, aber nicht wissen, was die Strap on ist. Okay, so gut. Ja, jetzt redet er von Sato mal so. Na gut. Ey, Flo, renn. Flo, mach mal. Ah, aber bitte langsam. Biss schön. Oh ja, gib mir mal eine zweite Pistole, ja, das ist geil. Ja, dann nimm sie doch. Hier liegt ne Waffe, hat er doch gesagt. Hör doch mal zu. Gagel, komm zurück. Oh shit. Zurückziehen, Leute, ihr müsst euch zurückziehen. Zurückziehen, Leute. Ah. Komm, 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 mach Eier. Komm, komm, komm. Komm weiter, Junge. Wir sind noch nicht fertig. Komm weg, Alter. Ja, ich bin ja noch in der Gruppe, wie geil. Hm. Ich komme, Leute. Ich sterbe. Hilfe. Das war unschön. Sei ruhig. Aber wir müssen weiter, komm schon. Ich muss den Soundlizer machen, ich weiß. Okay, wir müssen safe from the dead. Für sowas bin ich nicht gekommen. Du hast mich sterben lassen. Du hast mich sterben lassen. Du hast uns eins sterben lassen. Ja, super. Ich hab nicht mehr viel Leben. Oh, ich hab noch genau ein Leben. Ist ja genial. Äh, warte mal, warte. Das ist auch schon ein Läser. Oh, du, du. Vertatet muss heilen. Komm mal her, hier. Ein Leben in die Tustau. Kann ich euch heilen? Ich misskommelab. Nee, komm rein, komm rein, komm rein, hier. Dafür kann ich dich jetzt stalken mit der Cam. Was? Old Scroll. Aber müssen wir doch schon geschafft haben, oder? Ist das hier? Ja, haben wir. Safe Point. Ja, dann ist doch. Bist doch gleich wieder da. Danke. Ah, Pumpgun. Mein Liebling. Essenslisch. Ja, ja. Ich mach jetzt hier aber keine Breaks, hier. Halt's nicht was drauf, du schimmst dann zu mir. Ich lass dich gut. Kurier dich aus, Francis. Was ist da raus geworden? Ich lass gleich durchlaufen. Ich mach jetzt hier keine Breaks. Hey. Da ist aus der Ausstellung, gerade noch einer draußen. Uh, ah, Flo wieder. Will er wieder ganz vorne wegrennen, wirst du? Ja. Und zwei Mal hältst du einen Katzahner. Hm. Ja, jetzt hab ich ja mal meine Shot. Das ist wie gestern. In einem Scheiß-Shot. Hab ich den Arsch aufgriffen hier? Da. Witchjäger. Ja, war klar. Da bin ich. Ich muss aber trotzdem nochmal schnell rausziehen, ich ziehe mein Chat nicht. Ach, du schade. Hm. Oh, schau her. Habt ihr jetzt Medikins, Leute? Yo. Warum habt ihr keine Webkins? Wenn man das hier... Ich, weil ich auf meinen Arm war. Ich hatte so einen Schwanen halt. Ja, ich kann meine Cam nicht drehen. Die hatten so einen Gelenkarm. Leute, die müssten mich nicht abschließen. Hier ist irgendwann im Rumkriechen. Hier hinten. Da hat mich noch einer. Dann hast du da jemanden an deiner Seite rum. Da hinten sind noch mehr. Da hinten sind noch mehr davor. Oh Gott. Schalke. Ich werde die dritten. Ich werde die dritten. Ich werde die dritten. Ich bin nicht blöd. Der hat schon wieder davor gerannt. Hier immer da vorne voll den Krieg. Ja. Komm, der Krieg ist noch nicht zu Ende. Ja, komm, Junge. Oh, scheiße. Da ist doch ein Stabber. Scheiße, da oben ist die dritten. Das ist ein Tank. Ey, lock den mal hier in die Treppe runter. Das ist hier. Boast Fridge. Oder was? Oh, shit. Nee, Smoker. Oh, mein Messer ist. Alter. Der hat mich wegschubt, ist doch nie. Erlebt mal den, holt mal den Freelancer, aber doch. Komm, mein Messer, lange rum. Ach. Ich bin drauf. Komm schon, stirbt, du Müsser. Hilft mir! Ich möchte das Oma haben. Ich brauche hier drüben mal Hilfe! Danke. Wie schlimm ist es? Wird schon wieder. Wird schon. Du hast was gut. Ja, ich hab was gut, Junge. Wartet, muss heilen! Hm, dafür, dass das Low-Violence-Version ist, ist aber ziemlich viel Blut hier unten rumhängen. Wolle, das ist ein Medi-Pack. Wolle, das ist ein Medi-Pack. Cloud-Dämpfer von meinem toten Körper, das Medi-Kid. Du bist. So, Flo ist dauernd. Wolle. Ich hab meine Hautfarbe alle Ehren gemacht. Was? So gut noch. Alter. Ich kenn die Scheiß-Mission nicht. Kennt ihr jemand? Dann geh mal vor. Du bist zum Krankenhaus. Ah, 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 ich kenn das nicht. Ich kenn das nicht. Ich kenn das nicht. Da kommen jetzt Zombies. Da tröstet mich. Über, über die. Komm mal, ein Glocki durch die auch. Ach du Scheiße. Ach, du wird beritten. Ach, du wird beritten. Und in meiner Rechter. Da unten. Oh, fuck ey. Ich glaub, ich stell gleich ein bisschen Fritsch ab. Ich krieg gleich. Alter, ein Charter. Ah, das ist... Flo, du darfst musst du meinen Fronten weg bleiben mit dir. Sorry. Wir dürfen mich nicht alle anschießen, wenn ich vorne in Markkampf bin. Boah. Du siehst übel aus. Aber wir kriegen die schon wieder auf die Weine, damit wir weinen. Verdammt. Man. Hahaha. Ich bin ja bei dir. Ganz ruhig. Steh auf. Komm schon. Wir müssen weinen. Danke. Ja. Mach nur hin. Moment. Du musst erst heilen. Kann ich dich heilen? Heil mal Ferkel. Heil mal lieber Ferkel. Ich schaff's nicht. Komm, ich verarzt dich. Komm her, meine Kleine. Ja. Ja, bandagier sie komplett ein. Das war echt nett. Guck kannst du, Alter. Ja, genau. Von oben bis unten. Einmal dann. So, ja, mit so Knallfolie, weißt du. Mach nicht so noch mit. Dann laufen dann nachher so drei Mumien da rum. Oh, mit dem Medipack. Waaaaah. Waaaaah. Guck mal, überleben denn retten sie. Ja, geht mal. Jetzt macht er vorne wohl. Woh. Oh Scheiße. Oh, Scheiße. Geht da nicht rein. Geht da nicht rein. Jetzt. Ja, ich bin da vorne in so nem Raum jetzt. Wenn wir den raus machen, dann komm ich da wieder raus. Du müsstest doch eigentlich gleich mal ein Ding kommen, oder? Da ist Flur Hallo Gibt's hier irgendwie mal... Raus! Ich brauch irgendwie mal Medikett, also ich muss mich erst zurückhalten sonst Du verlierst ja schon so Leben Da kommt irgendwas Ich schmeiß mal hier in Europa mehr Alter, was war das? Hitte uns! Da war ein Tank war da Sterbe Naja, dankeschön Du hast mich umgebracht Ich brauche Hilfe! Wie schlimm ist es? Oh, da kommt nur noch ein großer... Großwerke Das down Ah, gut Nein, 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 nein Ahhhh GZ Das mit X, das war aber nix Da haben wir jetzt einfach das Ding hier machen Ja Ich mach mal einen Vote, und zwar... Was... Was müssen wir denn machen? Und das? Ja Uuuuuh Ehhhhhh Für die Noobs unter uns, also... Alle Ja Besonders für die Na guck mal, da kommt schon einer raus Hallo! Hey! Und down Oh hier, mit dem Police-Knüppel Der war böse, der war böse, hä? Ja Ich bin jetzt mal geknüppelt Früher renne ich wieder mit vorne weg den Dovo Jetzt ist er normal Das kannst du wieder mit vorrennen Lade nah! Ernst, renne nicht zu weit weg Er ist ein Zombie Hey, geh weg, geh weg Lade nah! Lade nah! Lade nah! Gebt die einfach noch! Wo Bumper? Lade nah! Hier liegt ne AK, hier liegt ne AK, mach ich mal ne AK Irgendwann kommt der von links Ja Ja Wo liegt der ne AK? Ist geplatzt, hier, drüben, hier Achso Hey! Hey, passt doch auf, verdammt! Ja, ja, ich passe Ja, nicht vor die Blinden rein, Leute Hier gehts was Komm mal auf! Hier ist ne AK, will die Kenne, oder was? Ja, haben wir doch schon welche Hier nicht, achso Ich bleib die komplett nicht für alle, oder was? Ja Kann jeder aufheben Ja Mock geht hier einer, du Schwein Lade nah! Ja Ich glaube, wir müssen diesmal Eier machen, hier Der dicke Kompo jetzt gar nicht, oder was? Achso, das ist der, der Das ist der Nervenkitzel beim Nein Bei ähnlichem nicht Bei ähnlichen Schwierigkeitsstufen Ja, ja Aber wir haben Mädchen, wir haben Mädchen dabei Wir schieben, sagen wir, es ist sicher Mädchen, ok? Ganz klar Ja Pass auf Guck nur nach hinten diesmal, ne? Ja Oh, Witch Komm, hier kriege ich auch mal nen Headshot Hinter euch! Helps, geh weg, Witch Ne, du Schlampe Kommt durch Ich glaub ich schon, oder was? Die Bitch Ach, du bist ok Du hast was gut Ja, ich glaub immer was gut Ja, ich glaub immer was gut Oh Gott Scheiße Hält mir mal! Oh Scheiße, ich kann mich nicht verbinden Oh Scheiße Also nur entchargen bei euch Oh Bombe Ist das schlimm? Komm mal her, meine Bruder Blo, du musst dich aber immer Holt euch mal noch Munition und dann geht's weiter Ja, ich heil mich gleich Wir haben nächsten Dingens Mach doch mal eure Munition nochmal voll vorne am Tisch Du hast was gut Spinner Ach, so'n Scheiß Hey, na? Bruder? Los, bin hier der Junge Hey! Ich brauche auch ein bisschen zur vorne Was? Im sechsten Sturmgewehr? Hm, liegt da rum Könnt ich auch mal nehmen Wie ist das denn? Du bist willig, ne Wie ist das denn? Wie ist das denn? Sehr gut Ich fällt immer im Bett Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Ja, die vorderste Reihe muss ich einfach ducken Ja, die vorderste Reihe muss ich einfach ducken Munition Irgendwo rummelt was Hinter der Wand irgendwo hier Oder oben Dann müssen wir es mal weilen Ja, die sind schon mal da Oh, Tank Da ist er doch Ja, die bringt nicht viel Immer schön in Bewegung bleiben Nicht schießen Ja, die sind einfach Nicht schießen Der ist tot Der ist tot Der ist tot Der ist tot Wenn ich das sage Ja, wirkt kein Lerbe Ja, die sind doch Geil, ich weiß nicht Da ist kein Lerbe Ah ja, ist doch Ich muss mich verabsen Ja, toll Ein Keen! Hier gibt's Schwenken! Ja, oder... ja, äh... Hier gibt's Waffen! Genau, nehmt ihr die Sniper hier, Ferkelchen. Nö, ich kann nicht nur Snipern. Hier sind Waffen! Bei mir ist, äh... Praying's... äh, hier, äh... Praying's Praying... Sniperst du noch was, Flo? Nö... Habt ihr euch alle irgendwie... Granaten oder so geholt? Jo, ich hab noch Molli, glaub ich. Den isst du jetzt aber nicht. Äh, ne, hatte ich nicht vor. Äh, ich guck auch, äh, ich guck nach hier hinten. Hinter dir! Links, neben dir! Hinter dir! Geil, der Zwitter ist gut! Okay, der Zwitter ist gut! Wann beerobern wahrscheinlich! Ja, wo du hinziehst, Francis! Bitte! Vorsicht! Scheiße! Danke! Hier ist ne Waffe! Ja! Da noch Muni! Ich werde weiter, oder? Kai, kannst du dich heilen? Nö, ich hab nichts mehr. Ich hab vollen Ferkel gerade geheilt. Ah, hier ist Muni, hier oben. Munition! Ah ja. War so ein Safe-Fight, oder? Ah, ich glaub, es geht noch weiter. Ja, geht's auch noch. Hier, komm mal her, wacht mal! Dankeschön! Irgendwo hab ich jetzt hier grad Zillen gesehen, wenn die nicht getäuscht haben. Die hab ich schon gekriegt. Ah, okay. Gut. Und dann Medi-Tack? Ja, der kommt hier! Hier liegt ne Waffe! Boah, schnitt! Ja? Er gibt zwar hier! Er hat euch mal die Schöpfke gehalten. Na klar! Davon sind wir sicher! Warte nach! Soll ich mal ärgern? Haha! Und aufs Auto ballern! Hier ist der Schützraum! Versauf dich, Francis! Hier ist der Schützraum! Mhm. Ach. 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 Dann heilt euch mal, Leute, ey! So. So. Deck mich! Deck mich! Moment, ich muss heilen! Deck mich mal! Es kribbelt! Schön! Genial! Zauberaufnahme, oder was? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Tankschlechter! Der Tank! Du bist der Tankschlechter! Ich bin der Tankschlechter! Oh, ich bin der Witchjäger! Ich bin der Witchjäger!